Herr Fenster, wie ist derzeit die Wahlbeteiligung? Ja, wir haben jetzt Stand 16.30 Uhr. Also der Markt Hüttling hat insgesamt 3.258 Stimmberechtigte. Davon haben jetzt bis 16.30 Uhr 2.158 Wähler ihre Stimme abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 66,24 Prozent. Ist das mehr oder weniger wie beim letzten Mal zu der Zeit? Ja, man könnte sagen, es ist sogar noch ein Tick mehr. Am Vormittag war die Wahlbeteiligung etwas schlechter? War es etwas schlechter, ja. Da hatten wir eine Wahlbeteiligung am 11.45 Uhr von 32,9 Prozent. Also das hat jetzt Nachmittag ganz schön angezogen. Wann rechnen Sie mit einem Ergebnis? Ja, das vorläufige Ergebnis hoffen wir, dass wir das so zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr hier in der Dreiburgenhalle bekannt geben können. Vielen Dank.